Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Gigamon. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Gigamon. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe dieses Memo-Spiels, was durchaus ein paar besondere Aspekte hat. Dazu komme ich im Verlauf des Videos. Am Ende folgt noch ein kleines Fazit. Gigamon Studio H gibt es schon ein bisschen länger, insbesondere in einer französischen Version, weil das Spiel hat in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Preis bekommen. Doch mittlerweile gibt es das Spiel auch in einer deutschen Version. Miraculous ist der Verlag und die Autoren sind Johann Roussel und Karim Awidat. Illustration ist von Marie-Anne Bonetere. Ein Kinderspiel ab 5 Jahre, 2-4 Personen und spielt seit so 10-20 Minuten. Ja, 15 Minuten steht hier auf der Seite. Aufgebaut habe ich es bereits und ihr seht natürlich die 7 Gigamons. Das sind solche, die werden so auf Aufsteller platziert. Die legt ihr dann einfach griffbereit zur Seite, genauso wie die drei Felsen. Die Elemon-Plättchen, 42 Stück. Die werden gut gemischt, bilden einen Stapel und 9 Stück bilden so eine Auslage. Ja, was möchte ich in diesem Spiel erreichen? Natürlich passende Plättchen zu sammeln. Aber nicht nur das. Es gibt natürlich auch Effekte, die ich euch am Ende nochmal zeigen werde. Aber ich möchte natürlich viele Plättchen sammeln von den einen oder anderen Abbildungen, um diese Gigamons zu bekommen. Und drei Gigamons habe ich solche drei Gigamons. Dann habe ich das Spiel gewonnen. Ansonsten geht es natürlich in verlängertem Bereich, bis die Plättchen weg sind. Dann schaut man, wer die meisten Gigamons hat, beziehungsweise abhängig natürlich von den Plättchen, die man je nachdem noch vor sich hat. Aber langsam. Der Reihe nach zeige ich euch das Ganze. Das heißt, ich habe die Auslage gebildet. Die Plättchen wurden gut gemischt. Und wenn ich am Zug bin, dann decke ich zwei Plättchen auf. Zum Beispiel diese beiden Plättchen. Man merkt sich natürlich diese beiden Plättchen gut, weil das waren jetzt keine zwei gleiche Plättchen. Das heißt, die drehe ich um und die nächste Person ist am Zug. Ich habe es natürlich ein bisschen vorbereitet. Das heißt, beispielsweise ziehe ich dieses Plättchen, beziehungsweise ich decke es auf. Habe also zwei gleiche Plättchen. Dann nehme ich mir die beiden Plättchen, lege sie dann vor mir ab. Zu den Aspekten, zu diesen Symbolen komme ich natürlich noch. Aber ich nehme weitere Plättchen und lege sie dann so aus. So vom Prinzip, wie man es kennt, vom klassischen Prinzip. Aber, ja, wie bekomme ich so einen Gigamon denn überhaupt? Und das sind natürlich Gigamons, die sich natürlich auch hier an diesen Farben orientieren. Habe ich so drei gleiche Gigamons vor mir ausliegen. Dann, ganz wichtig, dann behalte ich sie nicht, sondern diese Plättchen werfe ich dann ab und nehme mir dann das passende Gigamon. Ja, und drei Gigamons brauche ich ja, um eine Partie zu gewinnen. Ansonsten spielt man weiter, so wie gerade eben erwähnt, bis dieser Nachtsichtstapel dann aufgebraucht ist. Es gibt keine Paare mehr gibt. Und dann schaut man einfach, wer die meisten Gigamons hat. Bei Gleichstand gewinnt man je nachdem, wie viele Elements, also wie viele Plättchen man vor sich liegen hat. Sofern man mit jüngeren Kindern jetzt das Ganze absolviert, dann war es das zum Ablauf. Aber, ja, die Kinder werden natürlich fragen, die haben natürlich auch gefragt, was sind doch noch Symbole dann abgebildet? Was machen denn die überhaupt? Und jetzt komme ich natürlich dazu, wenn ihr nämlich so zwei gleiche Plättchen dann aufdeckt, dann führt ihnen natürlich auch die Aktion dieses Plättchens dann durch. Damit kommen wir zu den Elements, beziehungsweise hier habe ich schon den ersten, den Polymon. Ja, die Kinder können sich die Namen recht schnell merken. Auch witzige Illustrationen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mir die Namen einigermaßen einprägen kann. Aber Polymon ist quasi das Erste und Polymon ist Freund zu allen Plättchen. Das heißt, es passt immer auch zu den anderen Elements. Floramon ist auch ganz nett zu mir, sofern ich es natürlich aufdecke. Man sieht es hier plus eins. Das heißt, ich nehme mir dann sofort ein Plättchen vom Zugstapel. Pyramon, man sieht es schon an der Frisur, an dem Feuer. Ja, schon gemein, aber das Plättchen, beziehungsweise wenn das dann aufgedeckt wird, man sieht es ja auch an der Minus Eins. Es verbrennt und zerstört quasi den Elements von einem anderen Mitspieler. Und ich suche mir natürlich das Plättchen aus. Bei Hydromon, ja, da schließen die anderen, die Kinder die Augen. Weil hier ist auch ein Auge abgebildet. Aber ich behalte natürlich meine Augen offen, weil, ja, ich darf mir jetzt vier ausliegende Plättchen heimlich ansehen. Habe also einen kleinen Vorteil. Bei Geomon, deswegen auch die Felsenplättchen hier auf der Seite, da sichere ich mir quasi ein Plättchen ab. Das heißt, ich lege ein Felsen darauf und die anderen dürfen natürlich das Plättchen nicht anfassen, nicht aufdecken. Aber ich entferne den Felsen dann zu Beginn des nächsten Zuges. Ich sichere mir quasi auch ein Plättchen dadurch ab. Bei Aeromon, ja, man merkt es auch hier, die Symbole sind echt gut gemacht, weil daran kann man es auch den Kindern super erklären. Man tauscht einfach eines meiner Elemons mit dem Elemon von einem anderen Mitspieler. Ich suche mir es natürlich auch aus. Und ich glaube, Elektromon, auch daran erkennt man es am Symbol. Das heißt, ja, ich bin recht flott. Deswegen auch hier dieser Blitz als Frisur. Das heißt, ich kann sofort einen weiteren Zug dann ausführen. Und das war auch schon die Erklärung dieser Symbole, der Abläufe. Und damit komme ich jetzt zum Fazit. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von In Gigamon. Ein Spiel, was es ja schon seit ein paar Jahren gibt. Zumindest in einer englisch-französischen Version, weil den einen oder anderen Titel hat das Spiel schon 2015 bekommen. Jetzt in einer deutschen Version. Und gerade wenn man sich den Kinderspieljahrgang 2022, 2023 anschaut, da sind doch sehr viele Memo-Spiele erschienen. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieses klassische Memo-Prinzip und das Gespräch aus Erfahrung einfach bei Kindern sehr beliebt ist. Gerade bei Kindergärten nach wie vor sehr gespielt wird, zusammengespielt wird. Da können die Kinder gut gemeinsam spielen. Und hier haben sie auch die Möglichkeit, perfekt zusammen mit anderen Kindern das zu absolvieren. Ohne jetzt zusätzliche Regeln. Da geht es ums Aufdecken, um passende Plättchen. Und das geht es um das Sammeln dieser Gigamonstrei braucht man. Aber man kann sie sich auch wegschnappen. Recht einfach und recht schnell erklärt. Ein bisschen anspruchsvoller wird es dann natürlich, wenn man zwei gleiche Plättchen nimmt und dann noch das Symbol, also die Aktion dann ausführt. Aber die symbolisch ist wirklich gut dargestellt. Und auch da kommen die Jüngsten klar. Also es ist ein Step, wo man da noch gehen kann, wenn man das ein paar Mal in der klassischen Spielweise gespielt hat. Und die Memo-Spiele, ich habe selber gemerkt, auch bei diesem Spiel, das kommt bei den Jüngsten einfach super an. Die sind sofort drin. Und wenn man dann solche Aufsteller hat und die unterschiedlichen Gigamons, dann ist das natürlich witzig. Und der Spaß spielt bekanntlich eine ganz große Rolle, gerade bei den Kindern. Und wenn sie sogar noch alleine mit anderen spielen können, dann ist natürlich nochmal ein I-Pünktchen draufgesetzt, was dieses Spiel dann angeht. Fünf Jahre aus meiner Sicht passt durchaus. Vier Jahre, je nach Entwicklung. Aber das könnt ihr durchaus selbst für euch beurteilen. Zwei bis vier Personen, ja, das kann man zu zweit, zu dritt, zu viert dann auch absolvieren. Ja, es gibt nur, je nachdem natürlich auch ein paar, kann je nachdem ein paar Verzögerungen geben, was das Gigamonster angeht, wenn sie gegenseitig getauscht werden. Auch das habe ich erlebt. Aber ansonsten 10, 15 Minuten länger spielt man da nicht. Wenn es euch anlacht, ich finde die Illustration auch ganz witzig. Und mittlerweile ist das Spiel auch teilweise verfügbar. Ich glaube, zur Veröffentlichung war es noch nicht überall verfügbar. Aber jetzt mittlerweile ist es teilweise schon fast überall im Handel erschienen. Da müsst ihr mal schauen. Schaut je nachdem beim Händler vor Ort oder über die unten genannten Links. Das bleibt natürlich euch überlassen. Witzig auf jeden Fall. Je nach Gruppe auf jeden Fall ein großer Spaßfaktor. Wenn ihr schon gespielt habt, was eure Erfahrung ist, was eure Meinung dazu ist zu dem Spiel, ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Ansonsten war es das zu Gigamon. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis bald.